Musik Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Heute sind wir für euch nach Bayern gereist, um hier einen neuen und gleichzeitig aber auch altbekannten Spieleverlag zu besuchen. Dafür mussten wir von Frankfurt aus den Main einfach ein Stück weit flussaufwärts fahren. Musik In Unterfranken findet sich das um die 700 Jahre alte Miltenberg, die sogenannte Perle des Mainz. Die Stadt unter der Mildenburg hat nicht nur einen wunderschönen historischen Stadtkern, sondern mit dem Faustbier der Frauerei Faust ein Gerstensaft, der direkt in Miltenberg gebraut wird. Musik Das Gasthaus zum Riesen soll das älteste in Deutschland sein und ganz in der Nähe dieser Herberge wird seit 2018 auch Spielegeschichte geschrieben. Miltenberg ist nicht nur schön, sondern hier hinter mir im ersten Stock, da werden auch Spiele entwickelt. Denn hier befindet sich das neu gegründete Heidelberg Games Studio von Asmodee. Und ich treffe mich jetzt gleich mit dem Studioleiter Heiko Eller-Bilz. Musik Ja, hier macht einem der Studioleiter noch persönlich die Tür auf. Das ist ja schön. Nicht für jeden. Heiko, wie kommt es denn eigentlich, dass ihr jetzt hier in Miltenberg sitzt? Ja, es ist sehr schön hier. Und ich habe selbst auch schon ein bisschen länger hier gewohnt. Und es ist nahe da, wo der Heidelberger Spieleverlag früher war. Man hat uns freigestellt, wo wir unser Büro aufmachen. Und dann, gebe ich zu, habe ich mich vor der Haustür umgesehen, weil ich es hier auch sehr schön finde. Und ich glaube, mein Team ist auch sehr zufrieden damit. Ja, hier ist es ja auch wirklich schön. Wir haben uns auch schon ein bisschen umgeschaut. Aber was uns noch fehlt, sind eure Räumlichkeiten. Und ich denke, wir gehen doch jetzt einfach mal rein, oder? Rein, ja, klar. So, ladies first. Danke. Ja, dann würde ich vorschlagen, du gehst mal vor und zeigst uns mal eure Räumlichkeiten. Ja, klar, machen wir einen kurzen Rundgang. Ja, fangen wir an. Ja. Also, ja, das ist ein Flur, der verbindet all die anderen spannenden Räumlichkeiten. Der ist groß und wir haben sehr viel Platz hier dafür, dass wir eigentlich nur fünf Leute sind. Das stimmt. Ja, das Wichtigste zuerst, würde ich sagen, da drüben, ist das Zimmer, in dem wir Spiele testen. Und wo wir eigentlich auch spielen. Also, Spielen ist nicht nur Testen für uns, wir spielen auch zum Spielen, hätte ich gedacht. Wie oft kommt ihr denn so zum Spielen? Also, sowohl bei einem Prototypen, bis er fertig ist, als auch jetzt so zum Spielen von anderen Spielen? Viel zu selten gerade, habe ich das Gefühl. Also, nein, also das Prototypen testen ist natürlich intensiv, wobei auch diese Tests eben anders verlaufen. Das sind ja keine Blindtests, sondern wenn wir spielen, dann spielen wir zum Beispiel auch nur gewisse Bereiche, wo wir sagen, okay, wir prüfen ein Kampfsystem oder sowas. Ja, aber wenn wir so, sag ich mal, wir haben zum Beispiel eigentlich einen Spieleabend, den wir hier einrichten wollen, den wir auch öffentlich machen. Den haben wir jetzt, obwohl wir fast ein halbes Jahr hier sind, noch immer nicht sinnvoll einrichten können, weil das Schild noch nicht hängt und so. Dann habe ich irgendwie gedacht, ah, weiße Wände. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade uns letzte Woche beschlossen, ist jetzt egal, wir machen das einfach. Aber selber sitzen wir natürlich so gesehen, je nach Tagesgeschäft, immer mal wieder hier, um was auszuprobieren und zu testen. Und ja, also, sagen wir es mal so, zu selten, aber wahrscheinlich doch öfter als der Normalsterbliche. Ihr könnt ja als Eintrittspreis ein Deko-Element verlangen von den Leuten, die mitspielen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das würde uns wirklich helfen. Ja, manchmal ist ja auch ein bisschen Farbe schon alleine was wert. Dann bringen die potenziellen Mitspieler einfach Farbe mit. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht machen wir auch ein Spiel draus. Mal schauen. Eher was für den Kleinen, glaube ich. Na gut, okay, gut. Also das ist ja jedenfalls der erste Raum. Hier sind die wichtigsten Sachen. Hier sind Spiele, hier sind Tische, hier sind Stühle und Getränke. Das ist sozusagen das, woraus es ankommt beim Spieleabend, sage ich mal. Gut, die Snacks, die kann man dann in der Küche. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich gehe einfach vor. Ich folge dir unauffällig. So, ja, neben dem Spielezimmer ist, glaube ich, der zweitwichtigste Raum, oder je nachdem, wie man fragt, ist der wichtigste Raum da, wo wir arbeiten. Das sind die Büros. Genau, okay. Fangen wir an. Hier ist das zentrale Büro. Hier sitzen Annika und Sabine. Dann gehen wir weiter. Da hinten ist auch noch was. Hier sitzen Roland und Marina. Hallo. Ja, und unser Drucker, der vielleicht irgendwann mal ein Praktikant wird oder ein neuer Arbeitsplatz. Mal schauen. Genau. Ja, und dann gibt es noch mein Büro. Ja, Studiomanager werden bei Asmodee immer separiert. Ja. Ist ganz schön groß für einen Menschen, würde ich sagen. Aber ja, hier bin ich tatsächlich. Ja, das sind also die Räume, in denen eigentlich sozusagen unsere Arbeit vor allem stattfindet. Also diese, sage ich mal, zwei, drei verbundenen Räume sind diejenigen, wo wir uns normalerweise am meisten aufhalten, außer wir testen oder besprechen was oder sonstige Sachen. Aber das ist auch schön, ist auch immer wichtig, finde ich. Es sind zwei Türen da. Man sagt ja immer, wenn ich hier telefoniere, ich bin eh viel zu laut. Aber das Tolle ist natürlich, dass man theoretisch einfach mal rüberrufen kann, sagen, wo ist denn das Markerdesign und wo ist das Pfeil. Das heißt, wir sind alle nah beieinander. Finde ich eigentlich sehr angenehm. Deswegen haben wir uns entschieden, uns quasi hier alle noch zusammenzusetzen. Ja, da geht es weiter noch. Oder hast du Fragen? Ja, wie ist das denn? Können wir auf den Weg klären? Jetzt hat jeder sein eigenes Projekt oder hat so jeder seinen Bereich und ihr entwickelt das Spiel gemeinsam? Also tatsächlich ist es so, wir haben früher als Heidelberger anders gearbeitet als jetzt. Jetzt ist ja der Fokus voll auf Entwicklung. Und momentan ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich alle am selben Ding arbeiten, weil der Zeitdruck auch so groß ist und deswegen auch alle irgendwie da was Sinnvolles beitragen können. Aber jetzt natürlich, wenn ein Spiel jetzt zum Beispiel textlich komplett fertig wäre, dann müsste derjenige, der sich vor allem mit der Textarbeit beschäftigt, jetzt natürlich nicht mehr so viel machen. Dann könnte er was anderes machen. Aber es ist so, dass wir gewisse Arbeitsbereiche haben. Das heißt, wir haben Gestaltung und Grafik. Wir haben Text, Projektmanagement, Editorial. Und ja, dann hat man mich, der alles versucht, irgendwie zusammenzuhalten und irgendwie überall drin rummischt. Das ist so ein bisschen, das sind diese Bereiche. Und die kommen ja alle in dem Spiel vor. Und deswegen können theoretisch alle am selben Spiel arbeiten. Wobei natürlich von unserem Output ist natürlich nicht geplant, dass wir immer nur an einem Spiel arbeiten. Das heißt, wir haben in frühen Entwicklungsstadien auch, sage ich mal, eine Handvoll Spiele gerade auf dem Tisch. Genau, ihr seid ja noch gar nicht so lange hier. Es ist ja alles noch im Entstehungsprozess. Wann seid ihr hier eingezogen? Ja, tatsächlich irgendwie so im Herbst. Also wir sind Anfang Oktober wirklich so voll hierher gekommen. Das war so ein fließender Prozess von einem Monat. Oktober 2017, sagen wir mal, falls jemand den Beitrag ein bisschen später sieht. Ja, die Zeit rast schnell. Aber ja, es ist Oktober 2017, da hast du recht. Seitdem sind wir hier. Und dann denkt man ein halbes Jahr, wenn ich so zurückdenke, in einem halben Jahr passiert so viel. Und das ist auch viel passiert. Aber gewisse Dinge bleiben einfach weiter liegen. Und deswegen, wir sind tatsächlich immer noch in der Entwicklung. Gut, gehen wir weiter. Ja, das ist der Raum, wo wir uns jetzt nicht so häufig aufhalten. Das ist unser Lager. Das heißt, hier befinden sich Spiele, Materialien, Komponenten, auch Referenzmaterial. Also wenn wir zum Beispiel irgendwo, kann man hier rum, wenn wir mal so einen coolen Prototypen sehen, oder irgendwie, man sieht ja auch Spiele in, sag ich mal, früheren Stadien. Oder wenn wir sagen, ah, einen alten Klassiker mit, sag ich mal, relativ grenzwertigem Material, dann sind das für uns Referenzmaterialien, die wir benutzen. Und ja, das heißt, wir zum Beispiel auch aus dem Programm, oder was so gerade so irgendwie an Spielen irgendwie ein bisschen interessant ist, wo wir sagen, in der Richtung wollten wir eigentlich auch gerade was machen. Ja, dann müssen wir das ja irgendwo hinstellen, weil irgendwann ist jeder Spieleschrank voll, kennt jeder Spieler. Ja, wir auch. Das heißt, wir haben tatsächlich den Luxus, dass wir einen ganzen Raum für die Lagerung von solchen Sachen irgendwie zugewiesen haben. Das ist vielleicht. Das da hinten wiederum ist, können wir mal hingehen, ist der Bastelbereich. Ah, jetzt wird es spannend. Ja, also was heißt sozusagen Bastel? Das ist natürlich letztendlich Prototypen und alles andere wird gebaut mit, sag ich mal, guten alten Handarbeitsmethoden. Das heißt, es wird geschnitten, geklebt, gemacht und getan. Gerade wenn man halt was Originelleres machen will oder sowas. Jeder weiß natürlich, wie ein runder Marke ausschaut oder ein sechstseitiger Würfel. Aber wir haben jetzt mit einem Projekt zum Beispiel halt ein relativ aufwendiges Cardboard, das wir irgendwie zusammenstellen. Da haben wir dann irgendwie, keine Ahnung, ich würde sagen 20 Versionen gemacht, bis dann am Ende alles geklappt hat. Das passiert hier, weil es ist auch hier wichtig, hier am Fenster, weil wenn hier einer mal mit Sprühkleber richtig hantiert, dann möchte man auch nicht so lange in einem geschlossenen Raum sitzen. Das ist so ein bisschen. Also das ist die Bastelstube. Hier ist Rolands Reich, so heißt es bei uns. Weil Roland ist dafür zuständig. Ja, Mr. Prototyp. Und wie ist das? Es gibt ja auch noch den Autor des Spiels. Hilft er dann beim Basteln? Oder wie groß ist da der Kontakt? Oder skypt ihr beim Basteln? Das ist sehr unterschiedlich, weil ja auch Autoren sehr unterschiedlich sind. Es gibt natürlich Autoren, für die ist letztendlich, wenn die was zusammengeschrieben und uns als Idee geschickt haben, dann ist es für die vorbei und es ist okay. Das ist für uns teilweise auch spannend, weil wir dadurch einfach das Gefühl haben, viel mehr Freiheit zu haben und dann auch da mitzumachen. Andere Autoren geben natürlich schon sehr fortgeschrittenes Material, aufgrund dessen du weitermachen kannst. Beim Basteln selber sind wir selten. Es ist eher so, dass wir dann auch Dinge ausprobieren und dann irgendwie den Autor über die Fortschritte informieren und sagen, hier, da haben wir uns das so überlegt, was hältst du davon? Gerade jetzt zum Beispiel, wir haben ja bis jetzt nicht so überlegt, die Spiele, die wir bearbeiten, sind Amerikaner, Japaner, Italiener. Da ist Skype tatsächlich so das Ding der Wahl. Dann schickt man mal die Pfeils rüber und sagt irgendwie so, sie schaut es aus. Und meistens sagen die dann, ah, gute Idee. Oder sagen, was habt ihr euch denn da überlegt? Aber ja, also es ist bis jetzt selten so, dass uns Autoren irgendwie was basteln mussten. Ja, und das ist ja, ich weiß es nicht genau, ich müsste jetzt, jetzt müssen wir Roland mal fragen, ob ihm das viel Spaß macht, aber er macht das auch sehr gut und es ist auch mal für das handwerkliche Geschick nicht schlecht. Wir werden es eben gleich fragen. Ja, gehen wir weiter. Ja, es ist, es gibt noch einen Raum, zwei, so gesehen. Flur haben wir ja schon gesehen, der ist für nichts gut. Für unsere Gäste natürlich, wenn sie sich irgendwie ausruhen möchten, haben wir eine Couch. Oder für euch, wenn es ein harter Tag war. Ja, in der Tat würde ich sagen, es hat schon der eine oder andere auf dieser Couch mal irgendwie gelegen, um sich ein bisschen auszuruhen, also wenn es Stress ist oder sowas. Menschen sind von nichts gefeit. Ja, wir haben das Glück hier, dass unsere Räumlichkeiten trotz Altbau ein angenehmes Klima haben. Das heißt, irgendwie im Sommer ist es hier auch sehr schön, dass das andere haben wir dieses Glück nicht. So weiter. Aber gut, gehen wir weiter. ein ganz wichtiger Raum in jedem Büro ist die Küche. So ist das Brot. Kaffee. Ja, Brot und Spiele. Ja, das heißt, im Endeffekt sozusagen, Leute, die auch an Spielen arbeiten, so viel Spaß es macht, brauchen Essen und Trinken. Das heißt, Kaffee, wie du sagst, ist eine ganz wichtige Zutat. Dann ist natürlich irgendwie Essen. Natürlich haben wir das Glück, dass wir vor der Tür irgendwie haufenweise Möglichkeit haben, uns Essen zu besorgen. Aber natürlich ist die Möglichkeit, hier einfach sich selbst irgendwie eine Pizza reinzuschieben oder irgendwie auch mal keine Ahnung was anzuburzeln, ist sehr schön. Aber ich sage mal, das Wichtigste ist mit Sicherheit der Kaffeeautomat und dann die Wasserreserven und all diese Kleinigkeiten. Das hat auch den Vorteil, obwohl wir ja eigentlich alle relativ dicht beisammen sitzen, sitzen Leute sehr vertieft an der Arbeit, die sie machen. Das heißt, es ist wahrscheinlich erschreckend, wäre es jetzt für euch, wenn ihr jetzt den ganzen Tag nebendran stehen würdet, wie wenig dann teilweise doch gesprochen wird. Also in manchen Bereichen, wenn dann so gestalterisch gerade was passiert und man ist da irgendwie drei Stunden dabei, dann kann es sein, dass drei Stunden lang kein Wort gesprochen wird. Und dann einfach so diese Mittagspause, die versuchen wir eigentlich immer auch zur gleichen Zeit zu machen. Dann setzt man sich hin, irgendwie, keine Ahnung, der eine isst irgendwie sein Brötchen oder sonst was und das. Ja, und das ist also so gesehen auch ein Sozialraum in dem Sinn. Wir könnten natürlich auch im Spielraum essen, aber man weiß ja, Essen und Spiele. Nee, 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 das muss getrennt werden. Ja, das ist ja, siehst du, und das wollen wir ja auch vorleben. Genau, gut. Ja, dann, ich meine, den letzten Raum, die Toilette brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zu zeigen. Nein, das können wir uns vorstellen. Genau, also das ist, ansonsten wäre dieses Büro mit Sicherheit, hätten wir auch ein Problem. Also das ist auch ein sehr wichtiger Raum, natürlich, aber jetzt auch, glaube ich, nicht so spannend für die Leute, die zu gucken. Ja, das ist eigentlich schon unser ganzes Büro. Überraschend groß für fünf Leute, aber wir planen gerne voraus. Ja, vielleicht brauchen wir ja bald mehr Platz. Ist da schon was in Aussicht? Ja, also es ist, natürlich geht es darum, wie jetzt die Sachen bei uns anlaufen oder so weiter, aber natürlich haben wir einfach zum Beispiel Bereiche, wo wir momentan Verstärkung brauchen. Und ich sage jetzt gerade, unser Marketing machen wir so nebenbei. Und so gesehen ist das mit Sicherheit irgendwie eine Verstärkung da über kurz oder lang, sage ich mal, angedacht. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich und wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über diverse Dinge, die hier so ablaufen und natürlich auch ein bisschen über eure Spiele. Bei den Heiko haben wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt und den kennt ihr ja auch schon ein bisschen aus den anderen Interviews, die wir gesendet haben. Und jetzt wollen wir mal hier ein bisschen rumgehen und die anderen Mitarbeiter näher kennenlernen. So, hallo. Hallo. Vielleicht magst du dich auch einfach gerade mal vorstellen, ein bisschen erzählen, wie lange du schon hier bist, ob du vorher beim Heidelberger Spieleverlag auch schon warst und was deine Aufgaben hier sind. Also ich bin die Sabine, ich war schon beim Heidelberger seit 2014 tatsächlich. Da war ich Redakteurin und jetzt mittlerweile, bin ich jetzt hier Project Manager. Was momentan, da wir noch nicht so ganz in unsere Rollen gefunden haben, bedeutet, dass ich einfach Mädchen für alles bin und alles mache, was bei den anderen vom Schreibtisch fällt. und momentan arbeite ich an den Regeln für Volt, wie wir alle unter Hochdruck, weil wir da ein bisschen im Zeitdruck sind. Ja. Ja, wie lange dauert es denn eigentlich, bis so eine Regel fertig ist und wie ist das, überlegst du dir den Text von ganz neu oder hast du da schon so Stichworte als Vorgabe oder wie entsteht da jetzt die konkrete Regel? Das kommt auf den Ausgang an. Es wäre sehr einfach, eine Regel zu formulieren, wenn das Spiel schon komplett fertig wäre, wenn man anfangen würde, sie zu schreiben. Das ist aber leider nie der Fall. Weil man muss ja immer, während man noch entwickelt, schon die Regeln im Kopf behalten, niederschreiben, neu drüber gehen, neu anfangen etc. Und deshalb ist es eigentlich ein Prozess, das die ganze Entwicklung begleitet, bis es dann wirklich im Layout ist und man dann feststellt, mit diesem Beispielbild müssen wir den Text nochmal umschreiben. Und das heißt, erst wenn wirklich das finale Layout fertig ist, ist auch die Regel abgeschlossen. Und davor ist es ein Prozess, der sich verändert den ganzen Weg lang. Muss man eigentlich sprachlich jetzt andere Sachen beachten, wenn das ein, ich sage mal, ein Expertenspiel ist, als wenn es jetzt ein Familienspiel ist? Gibt es da so Regeln, die man dann immer anwendet für die Zielgruppe? Ja, also bei Familienspielen ist es klar, da rede ich nicht davon, dass jetzt die Spieler aktiviert werden oder dass die Miniaturen in irgendeiner Ultra-Special-Term-Reihenfolge aktiviert werden oder sowas, sondern versucht man natürlich einfache Worte zu verwenden, klare Sachen zu machen und auch die Regeln an sich gar nicht erst so schwierig zu machen. Und umso mehr man in Richtung Expertenspiel geht, umso mehr kann man einfach voraussetzen, dass die Leute Spiele kennen, dass die Leute wissen, wie man Spielregeln liest und kann dementsprechend auch das benutzen. So, ja, an dich geht eigentlich die gleiche Frage. Ja, ich bin Annika, ich arbeite ein Jahr, ich bin ein Jahr nach Sabine gekommen, ich war auch schon beim Heidelberger Spieleverlag und ich bin jetzt hier als Grafikerin und mache gerade die Regel für Volt, an der sie auch noch freistisch schreibt. Ja, wenn du jetzt Grafiken machst, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ich sehe, du hast da so ein Grafiktablet, aber wie entsteht es jetzt genau? Auch welche Vorgaben hast du vielleicht? Das kommt drauf an. Also vieles wird davon bestimmt, was ganz wichtig ist im Spiel. Das sind halt Elemente, die müssen weiter vorgestellt werden und das muss funktional sein. Also es darf nicht nur schön sein, auch wenn das nett wäre, aber es muss halt vor allen Dingen ganz wichtig funktionieren im Spiel. Das ist die erste Vorgabe. Eine zweite Vorgabe ist oftmals, wie Sachen produziert werden. Also zum Beispiel wird es aus Pappe gestanzt oder ist das ein Plastikteil? Ist das Papier? Das macht auch sehr viel. Und das sind so die beiden Hauptsachen, die wichtigsten. Und danach kommt halt, was ist das für ein Spiel? Was haben wir für ein Thema für das Spiel? Und dann sprechen wir uns eigentlich immer alle zusammen ab mit dem Team und gucken, was für Elemente gefallen und so. Zum Beispiel bei Volt haben wir jetzt hier diese kleinen Kreise, die wir überall benutzen, auch für Erklärungen und für Pfeile, um zu zeigen, was passiert. Die sind entstanden eigentlich von Plantinen. Da hat Marina eine Grafik gefunden und gesagt, oh, guck mal, das ist total super. Und das heißt, die findet man im Spiel immer wieder im Hintergrund. Also die tauchen dann auf und das ist wie diese kleinen Platinenplatten, die man so kennt. Das ist eine Sache. Das heißt, wir versuchen also auch immer, die Spiele optisch zusammenzufassen, dass man sieht, okay, dieses Element muss auf jeden Fall aus diesem Spiel kommen. Das sind so die meisten Sachen. Und wie lange dauert es jetzt so, bis eine fertige Grafik entsteht? Kommt drauf an. Also das kann, je nachdem, wie oft sie geändert wird, das ist ganz wichtig, weil manchmal entwickeln sich Sachen auch anders. Dann hat man was fertig und dann sagt, okay, aber der Spielablauf verändert sich und dann fängt man von vorn an. Generell hängt es immer ein bisschen davon ab, was es ist. Für eine Regel von vier Seiten ungefähr, wenn wir alles zusammentragen und die Bilder machen, brauche ich ungefähr eine Woche. Für einen Marker, je nachdem, also wenn das jetzt so ein kleines Element ist, ein paar Stunden oder einen Tag, je nachdem, wie kompliziert das ist und wie viele Versuche man braucht, bis man was findet, was einem gefällt. Und dann zeigst du das hier im Team und dann wird abgestimmt, oder machst du immer gleich mehrere Varianten und sagst hier das und das und das habe ich mir überlegt oder machst du einen und zeigst dann hier, das ist jetzt mein Vorschlag? Das kommt drauf an. Also wenn manche Sachen schon fest sind, dann wurde früher drüber gesprochen und dann heißt das, okay, das ist die Regel, so machen wir das jetzt für alle Marker. Da muss ich nicht mit jedem einzelnen Marker kommen. Am Ende zeigen wir es Heiko und der sagt dann ja oder nein, weil er ist der Studiummanager. Aber wenn es Sachen sind, wo wir noch nicht ganz wissen, in welche Richtung das geht, dann werden halt verschiedene Varianten gemacht und dann sagen wir, okay, wir gehen eher in Drehrichtung und gucken, ob das gut ist und funktioniert oder wir gehen eher in die Richtung. Je nachdem. Wunderbar, danke. Ja, auch an dich die Frage, ob du dich kurz vorstellen kannst, sagst, ob du auch schon beim Heidelberger Spiele Verlag dabei warst, seit wann du hier arbeitest und was hier deine Aufgaben sind. Also ich bin der Roland Gosler, ich bin seit, nein, ich bin seit, das ist doof. Vor 15 Jahren habe ich angefangen, Spiele zu machen. Ich bin hier als Spieleentwickler jetzt in dem Studio und vorher war ich auch schon Spieleentwickler die letzten zweieinhalb Jahre beim, also da habe ich angefangen beim Heidelberger und ich bin auch vor 15 Jahren habe ich schon zusammengearbeitet mit dem Harald und mit dem Heiko und mit all denen und jetzt gucken wir, wie es hier weitergeht. Und wir haben gehört, du bastelst gerne. Ich bastel, ich muss dann immer basteln, ja. Ja, ich muss dann basteln, ja. Ja, drüben seht ihr auch irgendwelche Sachen, die wir gerade gebastelt haben oder hier, du hast ja eben die Miniaturen von Wolf gezeigt und da sind wir halt immer irgendwie ganz, ganz fetter machen und dann müssen wir halt hier Bastelsachen machen, Pappsachen neu basteln und rumprobieren, ja. Das ist schon Spaß. Das ist ein Spiel. Ich habe auch noch andere Spiele gemacht, zum Beispiel im letzten Jahr, ist das hier von mir rausgekommen. Das ist aber in einem anderen Verlag ausgekommen, eben bei Korax, Spiele, Schmiede, ja. Genau, kann man auch schon auf unserem Kanal sehen. Oh, was zu sehen, habt ihr schon drüber gemeckert, okay. Kannst du noch mal erzählen, wie so deine Anfänge waren, wie kam es dazu, dass du hier gelandet bist? Also es fing so an, irgendwie um 2000 herum, da musste ich mir halt überlegen, was ich mache in meinem Leben und Spiele waren schon immer das Größte für mich. Und dann ist halt die Frage, schreibt man über Spiele oder macht man Interviews wie ihr über Spiele oder sagt man, man probiert einfach mal selbst was zu machen. Und da habe ich zusammen mit meinem Schwager drei Spiele entwickelt und die haben wir in einen kleinen Eigenverlag rausgebracht und hatten einen relativ großen Erfolg damit und dann auch die Möglichkeit, sie in den Vertrieb zu kriegen beim Heidelberger Spieleverlag und das hat uns sehr entspannt damals. Und so haben wir schön zusammengearbeitet in der Zeit, Anfang des Jahrtausends. Jetzt nutze ich mal die kurzen Wege und gehe wieder zum Heiko, der sich schon wieder an die Arbeit gemacht hat, also zum Chef höchstpersönlich. Heiko, wie sieht es denn aus, wenn man dir vor fünf Jahren gesagt hätte, dass du in fünf Jahren Studioleiter von dem Heidelberg Games Studio Asmodee sein wirst. Hättest du das gedacht oder wie hättest du darüber gedacht? Fünf Jahre, ja gut. Sagen wir es mal so, ich hätte mir vor fünf Jahren vielleicht sogar vorstellen können, Studioleiter zu sein, weil es ist gar nicht so anders zu einem gewissen Bereich. Dass ich in einem eigenen Büro sozusagen hier mit völliger alleiniger Verantwortung bin tatsächlich, das weiß ich nicht, ob ich mir das hätte vorstellen können. Dass ich bei Asmodee bin, hätte ich mir damals natürlich überhaupt nicht träumen lassen können, weil wir damals mit Asmodee noch gar nichts zu tun hatten. Das war so französische Konkurrenz. Also das heißt, deswegen, das war so gar nicht so auf meinem Zeiger gewesen. Aber so gesehen, sag ich mal, beschwer ich mich definitiv nicht, wo ich jetzt hier bin. Ja, dann nutzen wir das doch als Abschluss und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese kleine Rundtour hier durchs Büro und für die Vorstellungen und diese Einblicke, die wir hier bekommen durften. Und wir werden uns jetzt, glaube ich, noch mal ins Spielezimmer begeben und vielleicht mal ein paar Prototypen von euch anschauen. Das war was Interessantes haben, was wir euch zeigen können. Vielen Dank. Vielen Dank.